Servus und grüße Sie zu einer Winterausgabe der Wochenwettershow für die Region Arlberg. Bisher hat uns der Winter ja in Sachen Schnee im Stich gelassen, das wird sich aber bald ändern. Dafür gab es eine große Feier. St. Anton hat am vergangenen Samstag das große Winter-Opening gefeiert und die Kultband Boshos hat dabei so richtig eingeheizt. Und ab wann es mit dem Skifahren losgeht, das erfahren Sie unter skiarlberg.at. Wir bleiben beim Rückblick und schauen auf die Camps. St. Anton am Arlberg hatte ein bisschen Reif zu bieten und auch Lech am Arlberg war relativ schneelos, nur in den Hochlagen war es leicht angezuckert. Und von Schnee fehlt in den nächsten Tagen auch noch jede Spur. Das Wetter von Dienstag bis Donnerstag bringt uns eher eine föhnige Südwest- bis Westlage mit recht milder Luft. Das heißt, es wechseln sich lockere und dichte Wolken ab. Zwischendurch scheint die Sonne und von St. Anton über St. Christoph, Stuben, Zürs bis Lech haben wir dann so Werte grob von um den Gefrierpunkt. Die Nächte sind natürlich frostig. Frostig ist es am Freitag mit einer Südströmung nur noch im Hochgebirge. In 3000 Meter Höhe werden minus sieben Grad erreicht. Selbst in 2000 Meter Höhe haben wir leichte Plusgrade. Danach geht es aber langsam abwärts. Und so langsam geht es ja auch Weihnachten zu. Und auch am dritten Adventswochenende steht die Region Arlberg ganz im Zeichen der Vorweihnachtsstimmung. In Lech haben wir auch heuer wieder den traditionellen Weihnachtsmarkt. Betriebe aus Lech sorgen für ihr leibliches Wohl und es gibt tolle heimische Produkte. Musik-Ensemble, Bläser und Chöre sorgen für eine besinnliche Stimmung. Und für unsere Kleinen gibt es auch ein tolles Programm und für uns alle ein Lagerfeuer am Samstag und Sonntag am Kirchplatz. Rund ums Museum St. Anton, da erleben Sie etwas Großartiges an den Adventsfrontagen. Eine Adventstimmung, wie es früher einmal war, mit einer Erzählerhütte in der Weihnachtsgeschichten in Mundart erzählt werden. Dazu gibt es thematisch gestaltete Plätze zum Verweilen, Lauschen, Backen und Mitmachen. Und Mitmachen können übrigens auch die kleinen Gäste in der Weihnachtsbäckerei, die dann sicherlich zur Zuckerbäckerei wird. Zucker ist das Stichwort und zwar Puderzucker. Wir kommen zum Wetter, dann am Wochenende. Da wird es am dritten Advent ein paar Schneefälle geben, die zumindest anzuckern. Die Modelle sind sich noch nicht so ganz einig, ob es eine ordentliche Packung Schnee gibt oder eben nur anzuckert. Es bleibt dann am Montag wahrscheinlich nach den derzeitigen Trends trocken. Und mit einem außergewöhnlich audiovisuellen Erlebnis wird Lechzürs am Ahlberg am 13. Dezember auf eine ganz besondere Weise illuminiert. Animationskurzfilme im Gondelkino, DJs und Livemusik verschmelzen bei den vierten Synestics Gondolas, fast ein Zungenbrecher, zu einem großartigen Gesamtkunstwerk. Die Gondeln der Lecher-Rüfig-Kopfbahn verwandeln sich zwischen 1450 und 2350 Höhenmetern auch in diesem Jahr wieder zu einem mobilen Kino. In insgesamt 24 Gondelfahrten zeigen wir die von Ihnen ausgewählten Animationskurzfilme. Und damit sind die Räumlichkeiten der Rüfig-Kopfbahn eine ganz spannende Ausstellung. Und das müssen Sie sehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, dann sicherlich mit deutlich Schnee als bisher. Und vielleicht, am letzten Wochenende wurde ja eingeheizt, heizt dann Petrus mal so richtig mit Schnee den Skifahrern und Snowboardern ein.